Das ist die Hydrider 12 NE, eine Hebebühne von Nifty Lift mit Eigenantrieb der neuen reinelektrischen Generation. Ihr effizientes Batteriesystem und der reinelektrische Antrieb sorgen mit ihrem manövrierfähigen Schmalgang-Chassis für einen sauberen, leisen Betrieb. Mit ihren kompakten Abmessungen ist die HR12 NE für Arbeiten in vielen verschiedenen Umgebungen ideal geeignet, insbesondere für Industriestandorte wie Fabriken und Lagerhäuser, wo der Einsatz in schmalen Gängen erforderlich ist. Mit der Korbsteuerung ist sie schnell von einem Ort zum nächsten zu verfahren. Extrem effiziente Antriebsmotoren bieten Leistung und Steigfähigkeit, die zusammen mit einem kompakten Wendekreis das Manövrieren erleichtern, vor allem wenn der Raum begrenzt ist. Ihr beeindruckend niedriges Gesamtgewicht in Kombination mit der emissionsfreien Batterieleistung bedeutet, dass sie für viele verschiedene Bodenverhältnisse geeignet ist und die Betriebskosten reduziert werden. Das niedrige Gewicht und die kompakten Abmessungen können auch die Transportkosten senken, da ein kleineres und effizienteres Zugfahrzeug verwendet werden kann. Der schlagzähne Korb Tough Cage der zweiten Generation der HR12 NE bietet Platz für zwei Personen und ihre Werkzeuge. Die vollproportionale Steuerung sorgt für einen reibungslosen und genauen Betrieb. Der teleskopische obere Ausleger kann überall in seiner Reichweite genau positioniert werden. Die HR12 NE nutzt ein extrem effizientes Batteriesystem mit rein elektrischem Antrieb. Das ermöglicht es, den Batterien länger zu laufen als bei traditionellen batteriebetriebenen Maschinen, was dazu führt, dass man mit einer Batterieladung mehr Arbeit schafft und so die Betriebskosten reduzieren kann. Jede seit dem 1. Januar 2020 hergestellte HR12 NE wird jetzt standardmäßig mit NiftyLink ausgestattet. NiftyLink ist das leistungsstarke, digitale Analyse-Tool, das wertvolle Daten über den Zustand, die Aktivität und den Standort ihrer Maschinen liefert. Die HR12 NE verfügt auch über einen Diagnosebildschirm an der Basis und im Korb, womit Besitzer und Bediener mehr Informationen als je zuvor erhalten, um Fehler zu identifizieren und die Wartung zu erleichtern. Die Maschine benötigt keine Stützausleger und kann daher von einer Arbeitsposition zur anderen mit beliebiger Auslegerposition verfahren werden. Dadurch kann Zeit eingespart und die Effizienz bei der Durchführung von Aufgaben erhöht werden. Die Bedienung der HR12 NE ist einfach. Wenn der Schlüsselschalter in die Korbposition gebracht wird, sind alle Auslegerbewegungen über die einfach bedienbaren, vollproportionalen Hebel zu steuern. Der Bediener kann durch Anheben oder Absenken der Hebel, während der grüne An-Ausschalter oder das Fußpedal gehalten werden, jeden Ausleger einzeln oder paarweise einfach und genau bewegen, um den Korb zu positionieren. Zusätzlich zur Korbsteuerung gibt es auch eine Bodensteuerung. Sie dient als Absicherung für den Bediener, der die Ausleger aus Sicherheitsgründen oder für die Wartung vom Boden aus anheben kann, wenn die Maschine nicht benutzt wird. Der Bediener dreht den Schlüsselschalter an der Basis in die Position Boden und bedient die Hebel auf die gleiche Weise wie in der Korbsteuerung. Neben jedem grünen An-Ausschalter befindet sich ein roter Notausknopf. Damit kann die Maschine im Notfall schnell vom Boden oder Korb aus gestoppt werden. Jeder Nifty-Lift hat an allen Hydraulikzylindern Rückschlagventile, um sicherzustellen, dass im unwahrscheinlichen Fall eines Schlauchausfalls die Maschine sicher in ihrer Position verbleibt, bis der Bediener die Steuerung aktiviert. Die Sicherheitsbremsen gewährleisten, dass sich die Basis der Maschine nicht bewegt, sofern sie nicht benutzt wird. Und ein Kipp-Alarm-Sensor weist den Bediener darauf hin und verhindert die Benutzung, wenn ein Gefälle zu steil für den sicheren Betrieb ist. Die HR-12NE ist mit Nifty-Lifts mehrfach ausgezeichnetem System zur Verhinderung eines anhaltend unwillkürlichen Betriebs PsyOps ausgestattet. PsyOps stoppt alle Maschinenfunktionen, wenn der Bediener durch ein Hindernis auf das Bedienpult des Korbs gedrückt wird und verhindert damit ernsthafte Verletzungen. Die HR-12NE hat auch eine Handpumpe an der Basis, die zusammen mit der Funktionssteuerung verwendet werden kann, um die Maschine sicher auf den Boden abzusenken, auch ohne Netzanschluss. Mit wartungsfreien Batterien, Bolzen und Buchsen, strapazierfähigen Hydraulikschläuchen und nur einigen einfach zugänglichen Schmierstellen ist die HR-12NE schnell und einfach zu warten. Das ist also die Hydrider 12NE. Ihr kompaktes Schmalgang-Chassis und das effiziente, rein elektrische Antriebssystem reduzieren die Betriebskosten und verlängern gleichzeitig den Betrieb mit einer einzigen Ladung beträchtlich. Dies gepaart mit ihrer marktführenden Leistung und ihrem emissionsfreien Betrieb machen sie zu einem idealen Gerät für die Arbeit in Fabriken, Lagerhallen und überall, wo der Raum begrenzt ist.